Heute spielen wir ein VR-Spiel mit total verrückter Steuerung. Wir sind eine kleine Kreatur, die hat nur so kleine Mini-Füße, aber riesige Arme. Das heißt, wir müssen uns mit unseren Armen durch einen Parcours bewegen. Und der wird natürlich immer schwerer. Vielen Dank an Meta für die Bereicherung des Spiels. Das ist sehr, sehr nett im Rahmen des Creator-Programms. Und mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Voodoo.VR, Open Man Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Hey Leute, guckt mal, hier sind wir im Spiel. Zack. Und wie ihr schon seht, ist die Steuerung wieder so Gorilla-mäßig. Also wir können uns immer so abstoßen und müssen dann hier... Also das bin ich, das ist ein Spiegel, habt ihr ja gesehen. Dann musst du so ganz langsam... Und die Steuerung ist mega frickelig. Wenn du auch nur irgendeine falsche Bewegung machst, dann springt er wieder hin und zurück oder so. Also es ist verrückt. Und was du auch noch machen kannst, ist die Arme ganz nach oben halten und dann kannst du mit diesen Minifüßen hier rumlaufen. Ha! Ist das krass? Und du kannst auch... Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Wir können auch fliegen. Ja. Also die Steuerung ist wirr, die ist ganz, ganz furchtbar. Also ich meine, das soll die ja so sein, ne? Die Steuerung soll die ja so furchtbar sein, aber ich hab da einfach keinen Bock drauf. Das ist nichts für mich, ne? Ah, jetzt sollen wir irgendwas kaputt machen, oder was? Ne, achso, wir sollen auf den Boden schlagen, ne? Oha. Seht ihr? Jetzt können wir nämlich fliegen dann auch. So, also wir sollen auf den Boden schlagen. Hä, was ist das nur für ein Scheiß? Ah! Boah! Also das ist alles eher Zufall, was ich hier mache. Also glaubt nicht, dass ich das kann. Oh no! Ja, okay. Tschüss. Seht ihr? Also wenn du da irgendwie versuchst, so langsam irgendwas zu machen, dann geht der manchmal so einfach nach hinten. Boah! Alles, was ich hier in dem Spiel mache, fühlt sich an, als wenn das nur Zufall wäre, ne? Manchmal komme ich über die Abgründe und dann denke ich mir, okay, das war jetzt kein Können, sondern das war Zufall. Boah! Ah! Komm schon! Scheiße! Also man soll angeblich so laufen können, aber oft, da seht ihr das, er geht dann nach hinten wieder und dann geht er nach vorne und ja, also ich meine, es gab ja schon mehrere solcher Spiele mit dieser Fortbewegung und noch nie hat mir das erstens Spaß gemacht oder zweitens konnte ich das. Ja. So, jetzt müssen wir hier so hochspringen. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Da musst du jetzt dann anscheinend... Bitte lass mich nicht schon wieder da anfangen. Okay, danke. Okay. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich... Oh no. Oh! Nein, komm! Nein, nein, nicht runter! Oh! Gott! Oh! Oh! Jetzt ist... Übrigens ist das auch sau anstrengend, ne? Also wir tun jetzt... Ich habe ja schon ein bisschen auf dem Englischkanal gespielt und mir tun richtig die Arme weh, ne? Ja, guck mal. Was haben wir denn? Oh, ich habe dem anderen eine reingehauen. Den habe ich gar nicht gesehen. Haha. Aber wir können nämlich... Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Achso, das geht nur, wenn Gegner da sind. Da kannst du nämlich deine Fäuste so rausballern. Wo müssen wir denn jetzt hin? Durch die Tür da, oder was? Müssen wir diesen Knopf hier drücken? Boah, ist das ein Scheiß, ey. Ich kriege die Krise, ich kriege die Krise. Ne, müssen wir nicht. Irgendwas haben wir... Vergessen? Oder müssen wir einfach wieder zurück? Ne, ne? Hier, ne, kann ja nicht sein. Glaub nicht. Ja, wo müssen wir denn hin? Ich dachte, wir müssen den... Ja. Ach so, man muss die ganze Zeit da drauf klopfen. Ah. Was denn? Boah, ist das eine grauenvolle... Also, wie mache ich es denn? Ne, also... In der Animation am Anfang hat man gesehen, man soll einfach so gehen. Ja? Aber guck mal, der geht dann zur Seite und zurück und random. Keine Ahnung. Deswegen mache ich halt immer so wie ein Affe, ne? Aber so soll das eigentlich gar nicht sein. So, jetzt müssen wir den eins rein... Zimmern. Okay. Oder auch nicht. Bäm! Auf die Mütze! Du auch! Ha! Stehen die nochmal auf? Ne, ne? Glaube nicht. Oh, ey. Wirklich, das macht mich aggressiv, die Steuerung. Am besten läufst du halt so rum, ne? Arme hoch und dann mit dem Minifuß. Dann hast du... So wird mir das Spiel halt viel mehr Spaß machen, ne? Wenn man einfach ganz normal laufen könnte. Aber ja, ich weiß. Das soll so sein. Und das soll so... mit der Steuerung sein. So. Wo schießt da jemand? Da schießt jemand. Schnell. Boah! Okay, ich dachte, er schießt ein bisschen weiter runter. Ja, und tschüss. Oh, jetzt kannst du wieder alles neu machen. Also, Leute, äh... Nehmt's mir nicht übel, aber, äh... Das ist einfach nichts für mich, ja? Ja, also, ich glaube, es reicht, wenn ich euch das Spiel mal zeige, ja? Ihr seht jetzt, was es ist. Wie es sich steuert. Ihr seht, dass man so ein Parcours abgehen muss. Dass man auch ein bisschen rumballern muss. Aber, äh... Ja, da bin ich... Da bin ich halt einfach raus, ne? Also, bevor ich jetzt hier meine Arme kaputt mache. Aha! Ja, ihr wisst, was es ist. Ihr habt's gesehen. Und wir gehen zurück ins Studio. Und dann reden wir mal da drüber. Outer Hand. Ja, Leute. Da... Da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, das ist nichts für mich. Ja? Nicht, weil das irgendwie ein schlechtes Spiel ist. Nicht, weil das eine schlechte Grafik hat oder nicht funktioniert. Sondern, weil ich einfach diese Steuerung nicht mag. Ja? Ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich diese Kreatur auch nur annähernd unter Kontrolle habe. Ja? Da kommt eine Animation, ich soll so gehen. Ja? Das... Ich weiß nicht, ob das irgendwie falsch kalibriert ist oder so. Aber wenn ich so gehe, dann geht der manchmal nach rechts. Dann geht der manchmal wieder einen Schritt nach hinten. Wahrscheinlich musst du dann wirklich so ganz nach oben die Hände und wieder nach unten. Oder du musstest halt vielleicht so zwei Stunden üben oder so. Aber ganz ehrlich, ich habe da keine Lust drauf. Ich finde das nicht schön, so rumzulaufen. Ich will einfach eine ganz normale Bewegung haben. Das mögen andere Leute vielleicht anders sehen. Aber ich mag es halt einfach nicht. Und das ist halt meine Meinung zu dieser Sache. Und ja. Das ist ja ganz süß. Ja, guck mal. Wenn allein vor dem Spiegel ist, ist das ja so cool, da so ein bisschen rumzutanzen. Aber sonst? Puh. Weiß ich nicht. Ja. Das Spiel kostet 20 Euro. Wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren. Vielleicht kriegt ihr das hin und habt sogar Spaß da dran. Why not? Also wie gesagt, ist ja wirklich süß und auch nicht schlecht. Die Parcours sind auch wirklich nicht einfach und abwechslungsreich. Aber halt nicht für mich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.